Jemand hat Allah absichtlich, wesentlich beschimpft. Diese Person ist kafir, kein Muslim mehr. Ja, aber der ist verheiratet. Was ist mit der Heirat? Der muss erstmal Allah um Vergebung bitten, der muss Schahada nochmal sagen. Und wegen Heirat, ob er den Heirat nochmal macht oder nicht, das ist eine große Diskussion unter den Gelehrten. Und das ist jetzt nicht die Zeit, dass wir darüber viel reden. Barakallahu alayhi wa sallam. Vielen Dank.